ja moin moin leute herzlich willkommen zurück zu partnummer 4 super mario 64 in der 3d allstars collection auf der nintendo switch hier auf meinem kanal ja wir gehen natürlich hier gleich in die schneewelt aber wir haben ja im letzten part hatten wir den großen schlüssel vom bowser bekommen wo wir ja in der falle waren bzw im bausers falle getappt sind ja wo wir ihn das erste mal besiegt haben und mit diesem großen schlüssel da möchte ich jetzt erstmal schauen bevor wir in die schneewelt in die eiswelt gehen schauen wir erstmal hier bei der tür ob wir die schon öffnen können hier schauen wir mal der keller schlüssel wird hier nichts nützen ja also haben wir auf jeden fall den keller schlüssel erhalten ja der keller ist natürlich wenn wir jetzt durch diese tür gehen einmal hier unten dann schauen wir mal da bin ich mal sehr sehr gespannt an das kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig erinnern hier an damals an ich glaube ich war hier damals noch also ganz genau kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern wir haben auch noch eine sterntür ok zum öffnen dieser tür benötigst du 30 sterne du musst also noch 22 von ihnen finden also durch die tür kann ich mich auf jeden fall erinnern dass ich da nicht drin war also weiß es nicht mehr genau hier ist sogar noch eine verschlossene das ist ja die tür durch die wir gerade gekommen sind ich wollte gerade sagen ja dann schauen wir mal hier hier ist jetzt nichts weiter schauen wir mal aber hier den schönen weg den geben wir einmal entlang hier also ich kann mich hier gar nicht mehr so richtig daran erinnern schauen wir mal zwei wege rechts und links gehen wir erstmal hier lang ah hier haben wir anscheinend eine geheime welt ok dann sind hier noch weitere türen ja die keller tür hier sehr cool sehr cool auf jeden fall hier so eine ich denke mal hier die laber welt ist das glaube ich noch sehr nice sehr nice ja das ist nur der weg hier wieder eine sackgasse führt obwohl ne hier ist ein geheimnis irgendwie anscheinend tatsache hier kann man rein ok gobi waba wüste ach das ist die wüstenwelt hier folge dem riesengeier ok ja tatsache das ist die wüstenwelt ja die wollen wir aber noch nicht machen ähm das heißt ich möchte hier einmal den kurs wieder verlassen ja da haben wir hier schon mal die lava und die wüstenwelt noch ähm ok ok so jetzt wollen wir natürlich nochmal da runter um genau zu gucken was da noch alles ist in schönen schönen sachen schauen wir mal ähm ja links konnten wir irgendwie noch lang gehen also hier ist ja eigentlich glaube ich derselbe weg ne ne hier haben wir nur ein tor hat der steht hier ok dann starten wir mal mit dem tor hat wow du hast bereits so viele sterne gefunden ich bin sicher das war kein kinderspiel ich habe noch einige tipps die dir bei der suche nach den power sterne von nutzen sein könnten sammle münzen um deine energie aufzufüllen ihre farbe entscheidet wie viel energie du erhältst gelbe münzen geben eine rote münzen 2 und blaue münzen sogar 5 energieeinheiten zurück ok hm damit die blauen münzen sichtbar werden musst du ihre schalter in den boden stampfen halte verletzungen gering indem du bei stürzen im letzten moment eine stampfattacke ausführst ah ok vielen vielen dank tor für die schönen schönen tipps hier ähm so jetzt war ja eigentlich hier hinten noch dieser eine weg nach rechts hier bei der laberwelt ähm da haben wir zwei türen einmal hier da ist noch eine mit stern irgendwie ok ok ja gehen wir erstmal durch die normale tür hier würde ich sagen bevor wir in die eiswelt gehen schauen wir hier erstmal an ok was haben wir hier noch geht es auch wieder irgendwo hin ok schauen wir mal ach da sind wir hier wieder am am achso hier am anfang genau mit den 30 stern die tür kann man hier so hoch hoppeln schauen wir mal ne anscheinend nicht ne da müssen wir halt unten wieder lang achso dann ist es nur eine abkürzung zum eingang hier ähm ok 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 dann schauen wir nochmal ins planschbecken da rein beziehungsweise in das wasser da war ja noch wasser an der tür hier ähm und dann gehen wir gleich mal links durch die tür schauen wir mal was da ist ähm so schauen wir erstmal hier na hier müssen wir auf jeden fall tauchen ok ok ja das kenne ich von damals hier auf jeden fall auch gar nicht mehr so richtig oh oh wo kommen wir denn hier hin schauen wir mal noch ein schild an der wand rückseite nochmal gucken nach da ist nix da können wir nur zurück schauen wir erstmal hier ähm eins konnte man die tür öffnen zu dieser zeit waren die säulen aber niedriger äh ah das ist glaube ich man kann da später irgendwann das wasser im im schloss irgendwie aus äh absenken und ja dann kann man natürlich auch hier unten durch diese tür jetzt kommen wir hier auf jeden fall noch nicht durch ja sonst ist hier eigentlich nix ne ok ja dann gehen wir auf jeden fall zurück einmal durch die sterntür also tauchen wir nochmal hier tauchen wir nochmal hier Mario der der super taucher hier ja sehr nice sehr nice ja dann gehen wir natürlich hier wieder zurück die anderen wege kennen wir jetzt alle und dann haben wir nur noch die sterntür da bin ich auch mal gespannt was hier noch dahinter ist also ich kann mich hier unten an den keller gar nicht mehr so richtig erinnern wie gesagt ich war damals ja noch recht klein und als kind war ich da noch nicht so weit ne ja leider leider hatte ich damals das n64 leider nicht in meinem besitz aber ja ich konnte bei freunden mitzocken und so so hier haben wir nur ähm was soll das sein ähm ich hab keine ahnung bringen wir mal rein hier in die komische Substanz grüne Giftgrotte ach das ist auch eine eigene Welt hier ok klettere auf Nessis Rücken ah ok nice ja diese Welt hier kenn ich auf jeden fall nicht das weiß ich das wird noch sehr sehr interessant auch selbst für mich hier im Let's Play ähm ja ähm dann würde ich sagen gehen wir natürlich erstmal zurück ich will erstmal in die Eiswelt dann haben wir zumindest erstmal die ganzen Türen gesehen das ist natürlich schon mal sehr nice und ja wie gesagt im Keller da war ich damals gar nicht so wirklich ne ja dann gehen wir jetzt erstmal hier in die Eiswelt rein beziehungsweise hier die schöne Schneewelt ja die werden wir jetzt auf jeden fall als nächstes machen in dem Sinne der Biberberg Bob hier rutsche auf der Eisbahn ja der erste Stern da müssen wir durch den Schornstein da irgendwie ne das hatte ich ja auch im angespielten Video hatte ich die Rutschbahn einmal gemacht gehabt ähm an einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr sie am besten zuerst im Schornstein nach dem rechten ja sehr nice ja somit machen wir als nächstes würde ich sagen hier auf jeden fall die Eiswelt was haben wir hier denn noch Vorsicht Brücke zerstört überquere das Eistal in der Gondel ja dann würde ich sagen gehen wir erstmal hier zum Schornstein auch hier ist auch noch so ein Schild dran schauen wir mal ja an die Schneewelt hier habe ich sehr sehr schöne Erinnerungen der Weihnachtsmann ist nicht der einzige der in Schornstein geklettert ja der Mario Mann und der Nobel Mann ja die klettern auch gern durch Schornsteine in dem Sinne ähm so schauen wir mal schauen wir mal jetzt haben wir hier die Rutschbahn ja schauen wir erstmal hier herzlich willkommen auf der Schlitterbahn bewege den linken Stick nach oben um zu beschleunigen und nach unten um zu bremsen ja ok also runter bremsen hoch beschleunigen ja dann würde ich mal sagen los geht das hier ja da ist sogar eine blaue Münze noch ja mit eingesammelt sehr nice ok nach oben war ja beschleunigen und bremsen mit nach unten drücken noch im angespielt Video da hatte ich das Schild Dings da gar nicht gelesen das Teil und ja das ist natürlich ein sehr guter Tipp ne oh mein Gott das wäre hier fast runter geheizt beziehungsweise runter gefallen ja dann ja sehr nice springe ich da oben nochmal gegen die Decke ja sehr cool somit haben wir glaube ich hier das einmal erledigt hier zeigt übrigens noch ein Pfeil nach oben ähm ich schau mal kurz man kann mit Mario auch so nach oben gucken was ist denn da das ist auf jeden Fall so ein Ausrufezeichen wie soll man hier dann hochkommen ähm ich hab keine Ahnung von den Wänden kann man da auch irgendwie abspringen oder ich weiß gar nicht mehr wie das geht ich hab keine Ahnung das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben ja für die nächsten Parts ähm ich hab keine Ahnung wie man hier hochkommt sonst muss ich da selber mal im Internet schauen und wie man von den Wänden abspringt da muss ich nochmal die Schilder richtig lesen ich hab keine Ahnung wie das geht also springen tut man eigentlich auf B und auf A hier oh ja ich wüsste jetzt nicht wie ich da hochkommen soll keine Ahnung ja haut das einfach mal in die Kommentare das wäre natürlich sehr nett ja und somit haben wir hier den ersten Stern auf dem Biberbergbob hier beziehungsweise in unserer schönsten Neewelt jetzt wäre ich da fast runter gefallen ja sehr nice sehr nice Rutsche auf der Eisbahn abgeschlossen und sogar 72 Münzen haben wir bekommen ok nice 72 nur durch die Rutschbahn ok ähm ja speichern und weiter und wieder rein ins Gemälde und weiter geht's natürlich mit dem nächsten Stern dann haben wir hier finde das Pinguin Baby ach ja da war ich ja auch im angespielt das hatte ich aber gar nicht abgeschlossen die Mission hier dann schauen wir mal ähm ich glaube hier oben sogar ist das Pinguin Baby wenn man jetzt hier hoch guckt ja da ist es sehr nice dann haben wir den Stern schon in dem Sinne dann holen wir uns das Pinguin Baby gleich auch hier ich glaube das müssen wir noch zur Mutter hinbringen ah ok das war gefährlich ja dann müssen wir das natürlich mitnehmen hier das Pinguin Baby die Mama die wartet da irgendwo da unten nein gleich wieder her hier komm komm nicht weglaufen nein oh mein Gott das war jetzt ja mal gar nicht gut oh mein Gott ja jetzt stecken wir hier im Schnee fest ok ähm ja das war überhaupt gar nicht gut jetzt sind wir hier ganz runter gefallen nach ganz unten runter ja so sieht man hier auch noch mal ein bisschen mehr ja hier ist übrigens die Mama hier müssen wir ganz das Baby hinbringen hey kleiner hast du mein Baby gesehen es ist das schönste und süßeste Baby der ganzen Welt vor kurzem war es noch bei mir vor kurzem war es noch bei mir aber ich habe keine Ahnung wohin es sich verdrückt hat wenn ich doch nur wüsste wo ich die Suche beginnen soll oh was für eine fürchterliche Tragödie ja hier ja hier Big Mama wartet auf jeden Fall auf ihr Baby hier unten ja so sehen wir hier nochmal ein Buschen hier sind aber eben rausgekommen bei der Rutschbahn hier übrigens ähm ja sehen wir auf jeden Fall ein Buschen mehr hier vom Level dann fahren wir mit der Gondel erstmal hier wieder hoch übrigens der Soundtrack im Hintergrund oh ich habe so schöne Erinnerungen hier an die Welt ähm wo ich hier damals als Kind rumgerannt bin sehr sehr geil das Spiel ist so genial ähm auch heute noch ne ja die roten Münzen übrigens die sammeln wir irgendwann später ein hier haben wir noch die Schneekugel schnacken wir nochmal mit der hier schniff schniff mein einzstattlicher Körper hat sich im Wasser aufgelöst ich würde alles für einen neuen Körper geben vielleicht kannst du mir helfen schlucks aber schauen wir mal ne irgendwann irgendwie irgendwann müssen wir glaube ich die Aufgabe eben machen jetzt müssen wir erstmal schauen dass wir das Baby wieder kriegen der ist doch noch weiter oben ne jetzt müssen wir erstmal hier wieder ganz hoch rennen ja so kommen wir natürlich schneller voran obwohl wenn er sich jetzt hinsetzt ist das nicht gut nein oh mein Gott ja gar nicht gut das war jetzt natürlich überhaupt nicht gut ne ja gleich wieder rein ins Gemälde ich hoffe mal dass das Baby oben ist dann wieder also da wo wir es zuerst aufgesammelt haben ja ich habe es gerade noch gesehen im Augenwinkel da haben wir das schöne Baby wo können wir mit der Gondel von hier oben eigentlich fahren ich weiß es gar nicht ne die Gondel die kommt da nur von unten ne wenn wir jetzt hier hoch gehen würden das würde gar nicht gehen jetzt müsste ich ja erst die Gondel hier hoch holen aber das ist ja irgendwie ne dann müssen wir ganz den Berg wieder hoch rennen hier auf dem Biberbergbob hier dann nimmt das Baby so mit ein bisschen springen können wir ja dann müssen wir aufpassen dass wir hier nicht so doll rutschen also ich laufe hier jetzt mal ein bisschen langsamer nein oh mein Gott so rutschen können wir schon nur ich muss natürlich sehr aufpassen dass wir das Baby hier nicht verlieren wie das hier quarkt das Pinguin Baby auch nice oh vorsichtig vorsichtig ja das kriegen wir hin oder würde ich jetzt sagen ja das wird auf jeden Fall das kriegen wir auf jeden Fall hin das müssen wir hier nur aufpassen dass wir hier jetzt ja nicht sterben oder das Baby verlieren jetzt haben wir hier die Schneehoppel und Schneehoppel Schneemänner hier nein das war natürlich nicht gut lass mal ein Baby in Ruhe oh nein kann man die eigentlich irgendwie killen auch nö meine Energie ähm ich wüsste jetzt nicht wie man die killen kann ja gut da sind wir so durchgekommen das ist natürlich auch nice bei den ganzen Schildern die anderen Wege und so da gucken wir natürlich später irgendwann mal ähm die lesen wir dann auch noch und so da müssen wir natürlich erstmal das Baby hier ganz runter kriegen ne oh mein Gott wie das auch am Quaken ist die ganze Zeit ja da ist Big Mama hier Mama Big Mama hier dein Baby das ist doch Mensch Mario du hast mein Baby gefunden wie kann ich dir dafür danken oh ich weiß ich fand neulich diesen Stern hier nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit hm ah ja sehr nice somit haben wir Stern Nummer 2 hier im Bitterberg Bob sehr cool sehr cool kann man eigentlich mit dem Baby auch schnacken ja das kann man höchstens in die Hand nehmen da kommt die Mama hinterher gerannt ok da muss man doch bestimmt noch irgendwas machen oder dann lassen wir das Baby erstmal in Ruhe hier sammeln erstmal den Stern ein da kommt Big Mama uns hinterher gerannt ok ja sehr nice ja abgeschlossen finde das Pinguin Baby speichern und weiter natürlich ja und wieder rein ins Gemälde erneut und dann holen wir den Stern Nummer 3 hier besiege den schnellen Pinguin ähm welchen schnellen Pinguin ich denke mal auf der Rutschbahn ist das glaube ich ne schauen wir mal ich glaube ja wo soll man den dann sonst besiegen ich glaube das habe ich sogar so noch in Erinnerung ja Tatsache das habe ich so noch in Erinnerung gehabt hier von damals ihihi Mario hallo Mario du siehst aus als wolltest du mich gerade fragen ob wir ein Wettrennen machen sollten und ich sage na klar es ist zwar noch niemandem gelungen mich den Schlitterkönig aller Klassen zu besiegen aber du kannst es ja einmal versuchen wie steht es na klar dann versuchen wir das natürlich gleich gleich hinterher hier dann schauen wir mal den hängen wir ab den hängen wir auf jeden Fall ab würde ich sagen nein oh mein Gott wie schnell ist der denn äh oh nein ja das war jetzt gar nicht gut am besten gar nicht so so viel hüpfen beziehungsweise springen ähm der war aber ganz schön schnell auf einmal der Schlitterkönig hier ja wieder rein einmal dann versuchen wir es natürlich gleich nochmal ja am besten sollte man auf der Rutschbahn nicht so viel springen und hüpfen so wie ich das eben gemacht habe ähm ja das müssen wir jetzt nicht nochmal alles lesen das kennen wir ja na klar und weiter dann schauen wir mal schauen wir mal ich versuche jetzt am besten so schnell wie möglich nach vorne zu drücken oh mein Gott nein unser Pinguin Schlitterkönig ist ganz schön gut hier anscheinend oh mein Gott OMG würde ich sagen oh nein ja super fail hier super super fail haha super Mario fail hier der Noble fail ja da müssen wir natürlich das dritte mal rein wie sagt man immer alle guten Dinge sind 3 da ist noch einmal gegen den Schlitterkönig ja da müssen wir natürlich ein bisschen üben das ist ja immer so eine Übungssache dann schauen wir mal ob wir es dieses Mal schaffen was aber unfair ist er schlittert schon vor uns hier vor wir überholen ihn am Anfang immer aber ja schau mal oh mein Gott das war jetzt ein bisschen zu schnell und er geht mir auch total auf den Nerv wenn er an mir vorbeischlittert hier es geht aber aaah gar Strahlench OMG OMG nein geh weg geh weg wir gewinnen das hätten wir jetzt normalerweise geschafft ach nöööööe geht aber gar nicht ja gut dann alle guten dinge drei das gilt nicht für immer so würde ich sagen oder dann müssen wir halt noch mal rein ach mensch 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 aber wir haben es fast geschafft ja wenn wir es noch mal versuchen noch mal bis wir es irgendwann schaffen was war schon besser als die beiden male davor eben so schauen wir mal schauen wir mal natürlich wieder nach oben damit wir hier schnell durchkommen das war nicht so gut man darf natürlich nicht in allen kurven eher nach oben drücken damit er beschleunigt ist natürlich nicht gut am besten ist man wenn man am ende dann ein bisschen mehr beschleunigt weil am ende ist der schlitterkönig nicht so nicht so schnell würde ich sagen oder das ist jetzt schon der fünfte versuch hier oh mein gott ja ich würde sagen der noble fail hier so weiter geht's dann versuchen wir es noch mal ja den kriegen wir schon irgendwann also jetzt gleich würde ich sagen muss noch ein bisschen gucken dass ich hier immer aufpasst oh gott wenn er dran vorbei ist das nervt hier wieder ah nein gefährlich ja wie gesagt das nervt wenn er an einem vorbei fährt bzw schlittert jetzt haben wir hier unser erstes game over ja press start natürlich auch mensch auch nice obwohl naja eigentlich nicht so nice jetzt haben wir immerhin wieder vier leben haben wir die ganze leben hier verloren ok am schlitterkönig wo wir da immer die schlucht runter gefallen sind nicht gut gar nicht gut da müssen wir ein bisschen üben das schaffen wir schon ja aufs neue den schnellen hier besiegen ja wieder rein in den schornstein hier als nobel man er gesagt der noble fail man hier so machen der hopp weiter geht's dann schaffen da ich muss mich jetzt nur ein bisschen konzentration hier würde ich jetzt sagen manchmal ist es mit der kamera auch war schon komisch vor allem hier die kurven am anfang sind sehr gefährlich und hier kann man ihn ja wieder überholen oh mein gott aber jetzt sehr nice konzentration noble konzentration oh mein gott nein geschafft nice auf jeden fall ja schlitterkönig du warst mal ein könig jetzt haben wir hier den mario nobelkönig in dem sinne bei sechs anläufen geschafft auf jeden fall du 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 hast mich geschlagen das kann doch nicht wahr sein du bist der größte schlitter meister den ich kenne ja danke hier der nobel schlitter meister eine gold medaille kann ich dir zwar nicht überreichen aber nimm diesen power stern du hast ihn verdient ja danke danke somit haben wir den nächsten stern hier und dann haben wir schon insgesamt sogar elf sterne sehr geil ja meiser als nice leben würde ich jetzt sagen oder haben wir ihn ja doch noch besiegt hier ja speichern beinahe natürlich und wieder rein ins gemäde dann hätten wir hier in der welt jetzt den vierten stern finde die acht roten münzen ja da hat der andere der andere steht ja auch schon in den kommentaren geschrieben dass das ja eins seiner lieblings aufgaben ist die roten münzen zu sammeln das war damals bei mir auch so als kind habe ich die sehr sehr gerne gesucht und auch gesammelt ja sehr nice auf jeden fall dass wir den roten münzen dann schauen wir mal wo die hier überall in der welt sind auf der schlitterbahn aber jetzt keine nur wenn es nicht dass ich das wüsste und hier oben weiß ich auch gar nicht schauen wir hier mal erst mal hier oben hoch irgendwie jetzt kommt der gegner hier da oben kann auch noch rauf hier was haben wir hier eigentlich so ein podest irgendwie was soll man hier machen ich denke mal irgendeine schneekugel oder so ne schauen wir erst mal dass wir da oben hoch kommen am da oben rauf hier weiß ich ob hier oben noch rote münzen waren schauen wir mal hier sind nur schornstein das baby das war es hier oben also hier ist auf jeden fall keine rote anscheinend dann gehen wir hier erst mal wieder runter und erst mal hier so überall in dem sinne mal lang ja bis wir natürlich alle roten haben das jetzt die aufgabe in dem sinne weiß nicht ob an den bäumchen hier noch irgendwas ist irgendwas besonderes ich habe keine ahnung nur eigentlich nicht immer wieder im schnee stecken geblieben okay auch nice ja schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal ah hier sehe ich gerade da ist noch ein weg nein ich will da nicht runter ich will da hoch mensch der part hier ist eigentlich teilweise voller fails vor allem auf der schlitterbahn eben nein ja super jetzt kommen wir natürlich auch ganz raus aus der welt wieder und da hätten wir jetzt schon mehrere münzen gehabt dann hätte man die noch mal sammeln müssen das ist natürlich ärgerlich ja ich würde sagen hier geht das im nächsten part weiter im part nummer fünf ja das war part nummer vier super mario 64 auf der nintendo switch in der 3d äußers collection ja ich würde mich natürlich freuen wenn ihr ein like dann lasst einen daumen hoch in dem sinne ja wenn ihr den kanal abonniert das würde mich natürlich auch sehr freuen wenn ihr das noch nicht gemacht habt und ja dann würde ich auch schon sagen wir sehen uns im nächsten video wieder das war wieder euer nobeldecker 86 ciao